Wie stark war die Kirche, die katholische Kirche, von Verfolgung im Nationalsozialismus betroffen? Auch viele Profan-Historiker müssen bekennen, dass die katholische Kirche in der Zeit des Nationalsozialismus nicht zusammengebrochen ist, sondern in den wesentlichen Strukturen intakt geblieben ist, auch wenn sie viele Einbußen hat miterleben müssen, so dass von dort aus auch viele Menschen den Mut hatten, ihrem Gewissen zu folgen und Zeugnis zu geben für den christlichen Glauben mitten in einer Diktatur des Nationalsozialismus. Katholische Christen waren also nicht, also im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, nicht überproportional feige oder nachgegebig? In der Zeit des Dritten Reiches war Deutschland ja auch nur zu 30 Prozent katholisch. Das heißt, die katholische Kirche hatte nicht den überragenden Löwenanteil, sondern nur 30 Prozent waren katholischen Glaubens. Aber in den katholischen Ballungsgebieten, also in Bayern, in Baden, im Eichsfeld, im Rheinland, im Emsland, da konnte sich der katholische Glaube doch im Wesentlichen halten, weil das Milieu noch hinter den Priestern stand und so auch viele Menschen den Weg fanden, am Ende Zeugnis und Widerstand zu leisten. Gab es Fälle von...